Hi, Jascha hier und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Und heute soll es mal um das Thema Geld gehen und vor allen Dingen, warum du nicht schlecht darüber denken darfst. Und ich möchte direkt zu Beginn mal eine Sache klarstellen. So, Geld ist definitiv nicht das Wichtigste für dich wahrscheinlich in deinem Leben und für mich auch nicht. Aber Geld ist essentiell wichtig, wenn du zum Beispiel dein Business aufbauen möchtest. Wenn du von deinem Business gerne leben wollen würdest. Wenn du sagst, hey, du möchtest auch gut davon leben können. Und was ich einfach gemerkt habe in den letzten Jahren ist, dass ich zum Beispiel sehr, sehr schlechte Glaubenssätze zum Thema Geld hatte. Und vielleicht erkennst du dich ja auch mal darin wieder, denn ich werde jetzt mal so ein paar Glaubenssätze nennen, die ich hatte früher. Und ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht geholfen hat. Ganz im Gegenteil, dass mir das eher geschadet hat. Zum Beispiel auch, wenn ich mal in einem Verkaufsgespräch früher war mit Kunden. Dass ich mich unter Wert verkauft habe. Dass ich selber auch an meiner Dienstleistung gezweifelt habe. Dass ich mich immer runterlassen, handeln habe. Dass ich mich auch schlecht gefühlt habe, wenn ich vielleicht mal was verkauft habe. Und bei mir war das zum Beispiel so früher, ich komme aus einem Haushalt oder einem Elternhaus, wo mein Vater zum Beispiel sehr, sehr viel gearbeitet hat früher. Und der war selbstständig. Und der war für mich früher mega erfolgreich. Der hat so zwischen 8.000 und 10.000 Euro im Monat verdient. Und der hat aber eigentlich rund um die Uhr gearbeitet. Und deswegen war für mich so, Geld immer, man muss mega hart arbeiten. Der hat sich aber nie etwas gegönnt. Der war nie im Urlaub. Der ist sehr sparsam umgegangen. Der hat schon zu mir gesagt, wenn ich mal mit dem bei McDonalds war. Ich habe gesagt, hey Papa, ich hole mir jetzt noch einen Nachtisch. Dann meinte er, ja pass mal auf jetzt hier vom Geld und so. So jemand war das. Und das heißt, ich hatte den Glaubenssatz, hey man muss mega hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Und wenn man viel Geld hat, dann kann man es gar nicht genießen. Dann kann man sich auch nichts gönnen und man gibt es eh nicht aus. Man hat immer noch so ein bisschen so einen Angstgedanken. Und auf der anderen Seite, meine Mom zum Beispiel, die hat sehr viel Geld geerbt und hat aber alles Geld ausgegeben. Und hatte sehr viele Immobilien und hat alle Immobilien verloren. Und durch Drogenvergangenheiten und exzessiven Lifestyle. Und hat sogar dann auch große Schulden gehabt. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, hey, wenn man mega viel Geld hat, also nicht wie mein Dad ein bisschen, 8.000 bis 10.000 Euro im Monat, was für mich früher riesig viel Geld war. Oder auf der anderen Seite, meine Mutter, die zum Beispiel viel Geld geerbt hat, gar nichts dafür getan hat. Ich habe das Gefühl, hey, wenn man so viel Geld hat, dann hat man sich nicht mehr unter Kontrolle. Dann wird das negativ enden. Das heißt, unterbewusst wollte ich gar nicht so viel Geld verdienen. Weil ich dachte, hey, entweder habe ich dann so einen exzessiven Lebensstil oder ich arbeite nur noch und ich kann gar nichts genießen. Und ich kann dir sagen, dass ich heute ganz anders über das Thema Geld denke. Aber ich möchte dir erstmal zu Beginn zeigen, dass ich dich absolut verstehen kann, wenn du zum Beispiel sagst, hey, du findest Geld irgendwie nicht so gut oder hast nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Oder du denkst, dass es sehr schwer ist, viel Geld zu verdienen. Ich habe früher alles gemacht. Gärtnerjobs, an der Tankstelle gearbeitet, in einem Klamottenstore, in einem Fitnessstudio. 7 Euro die Stunde überall. Und das heißt, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenig Geld zu haben. Und jetzt ist das so, dass ich Millionenumsätze im Jahr mache. Und ich kann dir sagen, das ist viel, viel angenehmer, viel, viel besser. Das hört sich jetzt blöd an. Aber ich kann dir sagen, das fühlt sich besser an, weil ich ganz anders über Geld denke. Und ich dieses Geld jetzt auch viel besser nutzen kann und einsetzen kann. Vor allen Dingen nicht für mich, sondern auch für gute Zwecke in der Welt. Und ich möchte dir einmal sagen, was der Nummer 1 Punkt ist, wenn du nicht so gut über Geld denkst, dann kann ich dir sagen, dann wirst du auch nicht mehr Geld verdienen wollen. Genauso war das bei mir früher. Und wenn du nicht mehr Geld verdienen möchtest, dann kannst du dir wahrscheinlich viele Ziele oder Träume, die du gerade hast, nicht wirklich erfüllen. Also wenn du dir mal vorstellst, du möchtest deinen Eltern, weil die sehr gut für dich gesorgt haben in deinem Leben, einen Urlaub schenken und du möchtest, dass die mal entspannen und du willst da mit denen hinfliegen zwei Wochen, dann kostet es bestimmt mal, keine Ahnung, 10.000 Euro oder so, wenn das ein schöner Urlaub werden soll. Wenn man das Geld nicht hat, kann man das nicht machen. Oder wenn du dir mal eine Kamera kaufen möchtest und die kostet vielleicht mal mit Equipment, mit Linsen und was weiß ich nicht alles, 10.000 Euro. Dann kannst du das auch nicht machen. Oder wenn du zum Beispiel mal selber einen Urlaub machen möchtest oder mal nicht arbeiten möchtest, weil du einfach sehr viel gearbeitet hast und du hast kein Geld mehr übrig, weil du nicht arbeitest, dann wird es auch nicht funktionieren. Und so habe ich früher gemerkt, dass wenn ich irgendwie schlecht über Geld denke und die Glaubenssätze von meinen Eltern zum Beispiel, die ich so vorgelebt bekommen habe, annehme, dann wird mir das nicht helfen. Und ich habe ein Buch gelesen und in diesem Buch habe ich genau, wurde mir dieser Satz quasi beigebracht. Und da stand, das weiß ich noch ganz genau, das werde ich nie vergessen, da steht drin, wie denkst du über Geld? Das sollte man dann mal ganz genau aufschreiben, was das für Emotionen auch in sich auslöst. Und dann hat der Autor quasi geschrieben, wenn du jetzt negative Glaubenssätze hast und wenn sich das sehr emotional für dich anfühlt, aber dir nicht hilft, dann solltest du dich mal fragen, ob diese Glaubenssätze dir dabei helfen werden, in deinem zukünftigen Leben mehr Geld zu verdienen. Und in dem Moment musste ich sehr lachen irgendwie, weil das so einfach war, aber der so recht hatte. Denn ich habe gemerkt, dass ich früher Glaubenssätze hatte, die überhaupt nicht positiv waren. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich nicht mehr Geld verdienen wollte. Aber ich hatte Ziele, für die man Geld brauchte. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Paradoxon. Und das ist der erste Punkt, dass ich dir wirklich mal ganz stark empfehlen würde, hinterfrag mal, woher kommen deine Glaubenssätze zum Thema Geld? Kommt das durch deinen Vater, deine Mutter, Familiengeschichte, durch ein Erlebnis mal in deinem Beruf? Hast du sehr viel Geld, hast du sehr wenig Geld und hast irgendwelche extreme Situationen damit erlebt? Und das ist etwas, was ich dir sehr stark empfehlen kann. Und der zweite Punkt, der wirklich mein Leben komplett verändert hat, war wieder in einem anderen Buch, war ein Satz, den ich gelesen habe. Und dort stand drin, Geld ist neutral. Geld ist weder positiv noch negativ. Es kommt darauf an, was man mit Geld macht. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du kannst mit Geld eine Bombe kaufen, dann kannst du einem sehr viele Menschen umbringen. Dann ist das nicht gut. Du kannst aber auch mit Geld eine Schule bauen für Kinder. Und die können dann in die Schule gehen. Dann ist Geld etwas unglaublich Tolles. Das heißt, Geld an sich, Geld alleine ist neutral. Das hat keine wirkliche Bedeutung. Erst, was du damit wirklich tust, gibt dem Ganzen eine Bedeutung. Und das ist die zweite Sache, die ich zum Thema Geld gelernt habe, dass Geld nicht wirklich positiv oder negativ ist, sondern eigentlich mehr durch dich bestimmt wird, was für eine Bedeutung es für dich hat. Und es gibt ja so diesen Spruch, ja Geld verändert Menschen. Und das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Ich würde eher ganz im Gegenteil sagen, Geld zeigt den Charakter von Menschen. Denn wenn man viel Geld hat und man ist nicht so ein guter Mensch, dann wird man auch vorher schon nicht so ein guter Mensch gewesen sein. Und wenn man dann viel Geld hat und nicht so ein guter Mensch ist, dann wird sich das auch nicht ändern. Und wenn jemand ist zum Beispiel, der wenig Geld verdient, aber schon viel an andere Menschen denkt, vielleicht wenn er 2000 Euro im Monat verdient und jeden Monat 5 Euro spendet, weil er nicht mehr Geld übrig hat, das heißt, er denkt aber an andere Menschen, dann ist das jemand, der vielleicht, wenn er 10.000 Euro im Monat verdient, 500 Euro spendet. Und woher ich das weiß? Weil ich erstens zahlreiche Kunden habe, bei denen sich das genauso entwickelt hat. Und zweitens, weil das bei mir genauso ist. Denn als ich früher festangestellt war und 2000 Euro im Monat verdient habe, habe ich jeden Monat Geld gespendet. Und jetzt ist es so, dass ich deutlich mehr Geld verdiene. Und jetzt baue ich mit meinem Unternehmen zum Beispiel Schulen in Dritte-Welt-Ländern, die viel Geld kosten. Und das gibt mir natürlich ein Gefühl, dass Geld was absolut Tolles ist. Weil ich absolut tolle Dinge damit tun kann und wirklich etwas verändern kann. Und ohne Geld wäre das nicht möglich gewesen. Und der dritte Punkt, den ich dir mal mit auf den Weg gebe, warum es dir sehr stark hilft, positiv über Geld zu denken, ist, wenn du deine Dienstleistung verkaufst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Fotograf oder Videograf bist und du gehst in ein Verkaufsgespräch und du sagst deinem Kunden gegenüber, hey, das kostet jetzt vielleicht 1.000 Euro. Und dann sagt dein Gegenüber, boah, das ist aber mega viel Geld und dann zweifelst du an deiner Dienstleistung. Du fragst dich auch, ist es das wert, das ist schon sehr viel Geld und brauche ich überhaupt so viel Geld und warum mache ich dem das nicht günstiger? Diese Gedanken hast du vielleicht auch schon mal gehabt. Das waren Gedanken, die ich früher hatte. Und jetzt musst du dir mal Folgendes vorstellen. Wenn dir jetzt jemand ein Angebot macht, du bist jetzt der Kunde, nicht der Verkäufer, der was anbietet. Und der Verkäufer, wo du etwas kaufen möchtest, der glaubt nicht an sich. Der glaubt auch nicht daran, dass seine Dienstleistung das wirklich wert ist. Dann wirst du das wahrscheinlich nicht bei dir machen, oder? Weil du an ihm zweifelst, an seiner Dienstleistung. Und jetzt sage ich dir mal das Geheimnis, warum das dir so viel schadet. Wenn du die Fotografie oder die Videografie liebst, wenn das deine Leidenschaft ist, und wenn du mit deiner Tätigkeit, mit deiner Dienstleistung Menschen wirklich helfen möchtest, und du das nur nicht kannst, weil das nicht zustande kommt, weil du deinem Gegenüber das nicht verkaufst, weil du nicht daran glaubst, dass deine Dienstleistung das wert ist, dann ist das ein riesengroßes Problem, dass du negative Glaubenssätze zum Thema Geld hast. Denn dann kannst du weder deine Leidenschaft erleben, du kannst weder anderen Menschen helfen, du kannst weder selber davon leben, du kannst weder kreative Dinge umsetzen, du kannst den Kunden nicht glücklich machen, und vielleicht kauft er dann irgendwo anders und ist überhaupt nicht glücklich. Und das lag nur daran, weil du vielleicht schlecht über das Thema Geld gedacht hast. Und all diese Dinge hatte ich früher. Das habe ich bei mir gemerkt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe zwar einige Dinge in meiner Kindheit gelernt, und mir wurden gewisse Dinge vorgelebt, die nicht gut waren, aber es liegt in meiner eigenen Kraft, das jetzt zu ändern, meine Glaubenssätze mal zu shiften, dass die positiv sind. Denn es gibt keinen einzigen Grund, warum du Glaubenssätze haben solltest, die dich nicht fördern, die nicht gut für dich sind. Es gibt keinen einzigen Grund, warum du nicht Glaubenssätze haben solltest, die positiv für dich sind. Und das waren so die drei Punkte, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, seitdem ich auch deutlich mehr Geld verdient habe, dass Geld etwas Schönes ist, wenn man es richtig nutzt, wenn man Menschen wirklich hilft, wenn man es damit verbindet, dass man anderen Menschen helfen kann, dass man selber seine Träume verwirklichen kann, dass man auch anderen Menschen etwas zurückgeben kann, zum Beispiel in Dritte Welt Länder. Dann ist Geld positiv. Ansonsten ist Geld neutral. Und das waren einfach nur mal so drei Punkte, die mir sehr, sehr stark geholfen haben in den letzten Jahren. Positive über das Thema Geld zu denken, das war überhaupt nicht einfach für mich in den letzten Jahren. Und vielleicht war da ein Thema dabei oder ein Punkt, der dir auch geholfen hat, der es dir spart, die Dutzenden Bücher zu lesen, die ich zum Thema Geld auch gelesen habe. Ich hoffe, da war vielleicht für was für dich dabei. Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Viel Spaß bei den anderen Videos. Bis dahin, dein Jascha. Ciao. Ciao.